weiterhöhlen ich hatte doch neulich das Scheißloch Gottes gefunden, wo war das denn nochmal? hier ist noch irgendwas dunkel na ne doch nicht und ich wüsste wo du schon wieder hingelatscht bist wieso brauchst du nen Pilz? ach ne ich bin voll ich will nicht dran machen so bist du nicht irgendwo wieder lang? halt lass mal da stehen wo du bist, ich grab mich runter auch wenn man sich normalerweise nicht runtergraben sollte, ich mach es einfach warum? weiß ich nicht, weil man sonst in Lava bildet zum Beispiel man wie ist es so tief, wie bald soll ich mich denn da runtergraben? ich bin jetzt schon weitergelaufen damit ich vor den Lava einfliege, ne? das Loch meinte ich, genau das Loch meinte ich, wo du hier gerade bist du hast Eisen übersehen ich hab ne Mine, Mine, Mine cool, ich komme wow, ganz begeistert ich wusste doch, dass hier irgendwo ne Mine sein muss ich hab Diamant, oder ist das Diamant? ne, Lape, natürlich Lape ist bestimmt hahaha ich mein, ich komme und das wieder Eisen übersehen, wo bist du lang gelatscht? tja ich hab Gold gefunden oh, ich hasse Wasser sag mal nur Scheiße ich hab ich vor du lang gelatscht bist, man ok, da hast Obsidian ach so, ach so, oh doch doch oh, ich hab Spawner gefunden oh Scheiße ich seh deinen Namen also ich lauf jetzt mal rum im, 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 in dem ne warte mal, ich komm gleich jetzt, ich will erstmal da hinfinden, weil ich hab hier Mod Spawner gefunden, ne normalen und da hast Eisen drinne und Reed und 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 Eisen ich seh eine die andere Kiste Truhe und ich seh deinen Namen, der ist ganz schön nah dran wette du bist unter mir oder so du bist, ich bin über dir oh, voll ein Spinnennetz angelaufen warte mal ach, das ist der Spawner von dem du geredet hast ne, ich bin im, ich bin in einem normalen Spawner von Zombies ich bin in einem Spinnenspawner oh, what the fuck ich hab wieder Achmed Achmed und und und, zwei Brote, super also ich lege jetzt einfach nur den Scheiß ab, den ich da mal im Inventar hab Alter, wie viele Skelette sind denn hier, Alter? aber ich brauch die ganzen Sachen, die ich grad hier drin hab ich hab' den aufm Eisen gefunden mein Werte, wir setzen jetzt hier unten gleich mal ein Warp so ich setze jetzt mal ein Warp hier hinten warte, hier konnte ich noch mal sein ist jetzt auch ein Warp Set Warp Bauer so man steht zu hinaus, komm ey uh uh oh, ne, ich will da jetzt hier runter gehen oder ob es die Kiste und die hast du oder hast du oder Threads und so drinnen und ich hab Pumpkin-Seed gefunden, na toll ne, Pumpkin bringt nichts du bist genau unter unter mir ich glaube hier noch mal kurz das Masturm was hier rumliegt und 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 du kennst jetzt nichts ach da warst du grad ja die, warte mal guck mal hallo 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 warte mal hallo da war ich gerade da war ein Pump, da war ein Pumpkennstil komm mal runter hier, da war wo du immer warst da hab ich einen anderen Spawner gefunden ja ich bau grad noch go, äh Gold ab ne, weil ich hab hier normale ähm schon wieder einen Spawner ich hab hier Moss noch diesmal einen Spinn ja die findest du in der Höhle die findest du da haufenweise von den Hell Spiders die sind richtig scheiße ich will die vergiften ne, voll die Schweine aber wie viele ich Mossy Stone sich hier schon gefunden habe, unglaublich nicht so so hier kommt man sich hier hoch von der Schleifung cool einer zwei das sagt mein Inventar, kann man das hier wegwerfen wegwerfen okay nur zwei die Manten dann dann nehm ich mal hier die ganzen Schienen mit, weil die kann man immer gut gebrauchen glaube ich, ne so 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 und dann werd ich dir mal auf die Spuren gehen und dir folgen also so ne Rüstung ist schon was Feines, muss ich echt sagen hat so ne Rüstung halt an sich, die macht alles weg oh ich hab ein Spawner gewonnen ja und der ist noch lebendig gewesen oh und da sind sogar sechs Stück von den Viechern oh oh Gott muss ich mal kurz ausleuchten hier erstmal hm hallo, wo ist die Spinne hin, ey oh, wo ist wo kommt die denn her hopp, 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 hopp boah und hör jetzt mal auf, jetzt rumzustören, du dummer Zombie, ey bist du noch zwei, oder was hörst du mich gar nicht? irgendwo in deinem Leben ist dich ähm, nein, hör dich nicht, aber ich seh deinen Namen weil du bist irgendwo runtergesprungen, kann das was, was höh ach, das steht so'n Scheiß, komm ich du müsstest irgendwo oh, ich hab Lapis gefunden ich hab dich gefunden, warte mal, halt mal an, halt mal an guck mal hallo oh, du bist runtergelatscht, du unten in den Spawner bei ach, da bist du ja warte, ich zeig dir mal, wo ich langgelatscht bin das kann auch mal weg, ich zieh dir bam komm, ich bin hier, hier und wo gewesen, hier, hier oben ist es undorchelt volllaufen deswegen überhaupt mal die Scheißding auch mal ab so hier geht's weiter ja, ich bin auch immer das Spawner mach ich einfach mal kaputt, die kann man eh nicht gebrauchen das Spawner kann man so nicht gebrauchen, die mach ich einfach mal kaputt am Anfang und ich höre irgendwie eine Zombiearmee, so als ich das jedenfalls gerade an oh, die stehen hier gerade rum, ey Scheiß, Zombies oh, ins Gesicht und hier ist eine Schiene nehme ich auch mal mit ich habe hier einen riesen Drecksraum gefunden ja, ich auch also ich habe hier mehrere Räume gefunden, so schießen, ne die Ecke warteten lang mehr auf mich oder? Die über mir? Alter, machen die wie Lärm, ey. Ich sehme grad'n Lapsdatsuli auf. Ich sehme grad'n nichts auf. Trin mich grad'n auf. Also wenn wir Holz brauchen, ist genug. Ich muss mit dem mal was abbauen hier. Wie viel Kohle ich schon wieder habe. Wie kommst du, ey? D'Ioten kriegst ja genug. Oh, ich brauche mir gerade die Decke weg, Idiot. Also für Fackeln ist hier unten gesorgt, weil du kriegst ja viele Sticks und so, ne? So. Hier sind noch ein paar Schienen, ich brauche mal mit. Alles voll Lava. Mann, da gibt es die Zombies. Bist du gerade gewesen? Ich höre dich, hörst du die ganzen Viecher hier? Ich sehe deinen Namen, aber ich komme nicht dahinter, wo du bist, weil der ganze Weg... Warte, ich versperre das mal, quasi. Ach, da, hi. Hallo. Hast du die ganzen Zombies? Mach mal den Lautstärker laut, dann hast du das richtig. Oh, ich denke mal, über uns sind die. So, wenn ich jetzt einfach irgendwo hier die Decke wegnehme, kommen die bestimmt gleich alle, ey. Hier ist überall Eisen über sich, mein Mann. Ich weiß nicht, ich sammle gerade nichts auf. Weiß nicht. Nein, genau. Angst vor den Zombies? Ich mache so ein paar Cobblestone weg, die brauchst du so nicht. Ich habe einen Endermen gehört. Ach du Scheiße, der ist hier um die Ecke. Oh mein Gott. Was zur Hölle ist das denn? Alter. Ich habe glaube ich gerade, ich habe glaube ich gerade die Hölle gebunden. Oh, hier ist ein Endermen. Das mit den Füßen schlagen hilft gar nicht mehr so viel, habe ich irgendwie tötet. Was ist denn? Komm mit, guck dir diese Scheiße-Mann an. Ja, du warst noch nicht überall. Vor allem sollten wir erstmal gucken, ob wir jetzt hier erstmal die anderen Räume nochmal alles durchsuchen, wo wir noch nicht waren jetzt zum Beispiel, bevor wir jetzt in so ein großes Gebiet gehen, oder? Oh, hast du hier eine Befreundung mit einem Creeper gehabt? Humphrey. Humphrey. Hau... So. Äh, ist das jetzt Lapis gesehen oder jemand? Guck mal wer da rein. Lapis ist so ein bisschen pinkelig, so ein bisschen. hat er viele zombies sind hier bitteschön und man hat dann ein sehr bekanntes täuschen Ton. Oh, was ist das denn hier? Ach, er war hier schon. Achso, okay. Nehmen wir eigentlich schon auf? So. Ja, schon die ganze Zeit. Das sind... What the fuck? Was ist denn das? Was denn? Alter, ich geh jetzt mal diesen scheiß Zombies auf den Grund. Ich weiß auch schon, wo die sind. Falls ich sterbe, ich hab's noch nie gemocht. Weil ich dann gleich aufhören muss, wahrscheinlich. Okay. Wollen wir diese dramatische Zähne und die wir fürs nächste Mal aufheben? Oh mein Gott, was zur Hölle, wie viele sind... Oh Gott! Ich hab da drauf gar keine Lust gerade. Okay, wir sehen uns dann nächstes Mal, wenn's wieder ist. Let's build together. Minecraft! Yeah, bis zum nächsten Mal.